Das ist Herr Zabel. Herr Zabel ist Zahntechniker und hat ein kleines Labor mit drei Mitarbeitern. Er hat in letzter Zeit mehrere neue Zahnärzte als Kunden gewonnen. Die Zahl seiner Aufträge steigt und Herr Zabel überlegt, wie er das mit seinem Team bewältigen kann. Außerdem legt einer seiner Kunden großen Wert auf besondere Materialien, was für sein kleines Labor eine Herausforderung ist. Herr Zabel informiert sich aus diesen Gründen über Möglichkeiten, sich durch externe Dienstleister unterstützen zu lassen. Ein befreundeter Zahntechniker, Herr Bauer, erzählt ihm begeistert von Infinident. Infinident ist ein europaweit tätiger Dienstleister für die Herstellung von industriell gefertigtem Zahnersatz. Herr Bauer erklärt ihm, wie er damals die Zusammenarbeit mit Infinident begonnen hat. Seine Gipsmodelle schickte er zunächst an Infinident. Dort wurden sie gescannt, der Zahnersatz in einer CAD-CAM-Software konstruiert und nach Freigabe in gewünschtem Material auf hochmodernen Industriemaschinen hergestellt. Und das alles in nur 24 Stunden. Herr Bauer musste die Kronen oder Gerüste nur noch im Labor fertigstellen. Dabei bietet ihm Infinident eine umfangreiche Materialauswahl. Und Herr Zabel muss sich nie Gedanken über die beste Technologie machen. Das übernimmt Infinident für ihn. Herr Zabel ist begeistert. Er muss kein Geld in teure Geräte investieren, spart sich Lagerkosten und arbeitet trotzdem wirtschaftlicher und mit neuester Technologie. Seinen Kunden kann er präzise gefertigte, neue Materialien und damit höhere Qualität anbieten. Sogar mit umfassender Garantie. Auch weil bei Infinident nur Profis arbeiten, die Zahntechnik verstehen. Weil sein Labor größer geworden ist, lohnt sich für Herrn Zabel nach einiger Zeit die Anschaffung einer CAD-Software. Damit kann er digitale Abdrücke von seinen Zahnärzten empfangen und das Zahndesign digital erstellen. Die Daten übermittelt er Infinident dann über ihr Webportal. Das erspart ihm sogar die Versandzeit und Kosten. Zusätzlich kann Herr Zabel sich auch einen Laborscanner anschaffen, um Gipsmodelle selbst zu digitalisieren. Dabei ist es nicht wichtig, welchen Scanner er nutzt, denn Infinident ist offen für viele Systeme. Selbst wenn er sich im letzten Schritt für eine eigene Fräs- bzw. Schleifmaschine entscheidet, kann ihm Infinident weiterhin als zuverlässiger Partner zur Seite stehen. Egal für welche Lösung sich Herr Zabel entscheidet. Die fertige Restauration von Infinident ist innerhalb von 24 Stunden garantiert versandfertig. Nicht nur Herr Zabel, sondern auch seine Mitarbeiter sind begeistert. Endlich haben Sie wieder Zeit, sich um das Wesentliche zu kümmern, was für Sie am wichtigsten ist. Die Zufriedenheit Ihrer Kunden. Infinident. Mit Sicherheit eine passende Lösung. www.infinidentservices.com www.infinanciation.de Vielen Dank.